Hallo zusammen! Heute geht es darum, wie man durch die jeweilige Malweise ganz bestimmte malerische Werkspuren auf einem Bild erzeugen kann. Viel Spaß dabei! Wenn wir unsere Malfarbe auf unseren Bildträger auftragen, dann erzeugt das für uns meist primär die Wirkung Farbe. Wir tragen ein bestimmtes Farbmittel auf, um damit eine bestimmte Farbigkeit zu erzeugen. Gleichzeitig hat unsere Malfarbe aber noch andere Eigenschaften als nur eine bestimmte Farbigkeit. Sie hat eine ganz eigene stoffliche Konsistenz. Die Malfarben sind aus jeweils unterschiedlichen Stoffen zusammengesetzt. Schaut am besten mal mein Video dazu an, hier rechts oben verlinkt. Je nachdem, welche Konsistenz euer Malmittel hat, könnt ihr damit auf eurem Bildträger eine bestimmte Textur, also eine bestimmte Oberflächenstruktur erzeugen. Die Konsistenz der Malfarbe prägt den Charakter der Malerei. Mit einer sehr viskosen, zähflüssigen Malfarbe lassen sich sehr plastische Texturen erzeugen. Eine sehr fluide, dünnflüssige Malfarbe lässt ganz andere Strukturen und Effekte zu. Zu diesen Unterschieden des Auftrags der Malfarben gibt es ebenfalls ein eigenes Video. Ihr findet auch dieses gerade rechts oben verlinkt. Die Konsistenz, also die Festigkeit der Malfarbe, kann mit Verdünnungs- und Malmitteln variiert werden. Allerdings könnt ihr dadurch trotzdem nicht mit jeder Malfarbe auch die gleiche Malweise anwenden. Die für euch möglichen Malweisen ergeben sich daher aus der Wahl eurer Malfarbe. Und ja, manche lassen sich auch untereinander mischen. Das nennt man dann auch Mischtechnik. Neben der Wahl der Malfarbe und ihrer Konsistenz gibt es noch weitere Faktoren, so zum Beispiel die Wahl eures Malgrundes und dessen spezifischer Oberfläche. Natürlich verhält sich Malfarbe auf Aquarellpapier anders als auf Leinwand oder auf Pappe. Zentral ist außerdem auch das Werkzeug, mit dem ihr euer Malmittel auftragt. Neben ganz unterschiedlichen Pinseln gibt es außerdem auch noch Malmesser, Spachtel, Rakel. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Im Folgenden stelle ich euch verschiedene Maltechniken vor und zeige euch, wie unterschiedlich ihr eure Malfarben auf euren Bildgrund bringen könnt. Dabei erhaltet ihr Bezeichnungen für die bekanntesten dieser Techniken und seht, welche Texturen, also Oberflächenstrukturen, sich mit ihnen erzeugen lassen und welche spezifischen Wirkungen diese wiederum hervorrufen. Und hier mal eine wichtige Zwischenmeldung. Es kann nicht darum gehen, Begriffe auswendig zu lernen, um diese dann irgendwie richtig einer Malweise zuzuordnen. Wir machen hier ja kein Klickertraining. Die Begriffe sollen euch lediglich helfen, eine grundlegende Orientierung zu erhalten, wenn ihr die Malweise eines Bildes beurteilen möchtet oder sollt. Die hier gezeigten Techniken und Begriffe geben euch eine bessere Vorstellung davon, wie Malerei funktionieren kann. Malerei ist aber so vielfältig, dass man nicht einfach irgendwelche starren Begriffe raushauen sollte. Viel besser sind immer differenzierte, sinnliche, zu dem jeweiligen malerischen Phänomen passende Beschreibungen. Falls ihr einen der hier angeführten Begriffe dazu gebrauchen könnt, super. Aber ansonsten lasst euch immer auf das, was ihr wahrnehmen könnt, ein und versucht dann, passende und differenzierende Beschreibungen dafür zu finden. Und nun ein paar klassische und hoffentlich hilfreiche Techniken und Begriffe. Die erste ganz grundlegende technische Unterscheidung betrifft die Art und Weise des Bildaufbaus. Die Malschicht von Gemälden wurde früher nämlich üblicherweise durch mehrere übereinanderliegende Schichten der Farbmaterialien aufgebaut. Dieses Vorgehen ist bekannt als Lasurmalerei. Das ist die sogenannte altmeisterliche Technik, nach der über Jahrhunderte Gemälde aufgebaut wurden. Das endgültige Erscheinungsbild eines Gemäldes lässt sich aber auch sofort durch direktes Auftragen der Malfarbe erreichen. Diese Technik nennt man wiederum à la prima oder auch au premier coup. Bei der Prima-Malerei wird die Farbe direkt aufgetragen. Das Bild wird zügig erstellt, möglichst in einer Sitzung. Derart erstellte Bilder wirken vor allem durch ihren spontanen Charakter und durch den spezifischen Auftrag der Malfarbe, also durch die hinterlassenen Werkspuren. So werden zum Beispiel oft mit einem breiten Pinsel Malfarben großflächig nebeneinander gesetzt. Die Malfarben werden unmittelbar auf das Bild aufgemalt. Im weiteren Verlauf verfeinert man eventuell noch die Details. Helle Bildstellen oder Glanzlichter, aber auch Schatten werden oft erst zum Ende hin als sogenannte Drucker aufgesetzt. Gemälde lassen sich also entweder als à la prima Malerei oder als Lasurmalerei aufbauen. Neben diesen beiden, den eigentlichen Bildaufbau beschreibenden Kategorien, gibt es noch spezielle Begriffe, die eher als Bezeichnung der eigentlichen Malweise funktionieren. Arbeitet man nass in nass, dann gestaltet man das Bild ebenfalls durch verschiedene Schichten. Die neue Schicht wird aber bereits in die noch nicht getrocknete Farbe der alten Schicht hineingemalt. Das geschieht zum Beispiel mit langsam trocknenden Ölfarben oder auch mit Aquarellfarben. Die Impasto-Technik ist gekennzeichnet durch eine Pastose-Malweise, was zu reliefartigen Texturen führt. Das seht ihr zum Beispiel bei Vincent van Gogh. Der plastische Farbauftrag ist deutlich sichtbar, sodass sowohl Pinsel als auch Malmesser sich reliefartig abbilden. Die Ölmalerei ist gut geeignet, um in dieser Maltechnik zu malen oder zu spachteln. Bei einer Lavur werden die Malfarben lavierend, das bedeutet verwaschend, aufgetragen. Dabei verschwimmen die Konturen, die Bilder wirken unscharf und oft flüchtig. Diese Technik lässt sich besonders gut mit Aquarell, aber auch mit verdünnten Gouache oder Acrylfarben anwenden. Eine Spachtel-Technik bietet sich hingegen eher für zähflüssige Malfarben und damit für einen Pastosen-Farbauftrag an. Öl- oder Acrylfarben lassen sich gut mit Malmessern oder Spachteln auf das Bild auftragen. Hiermit lassen sich sehr ausdrucksstarke, gestische Texturen erzeugen. Für die Rakel-Technik benötigt man ein Rakel. Das ist ein Werkzeug, meist aus Gummi, um Malfarben über einen Bildträger zu streifen oder glatt zu streichen. Die Malfarbe lässt sich je nach Konsistenz gleichmäßig verteilen, man kann schlieren und allerlei Effekte erzeugen, aber auch kratzen, die Oberfläche öffnen oder Krusten von pastosen Malmitteln abschaben. Das Dripping, vom englischen Begriff für tropfen lassen, ist eine Maltechnik, bei der die Malfarbe auf einen liegenden Malgrund getropft oder geschüttet wird. Hierzu werden überwiegend mit einem Malmittel verdünnte Acrylfarben genutzt. Dieser grobe Überblick sollte nun erst einmal genügen, um euch eines zu verdeutlichen. Künstlerinnen und Künstler wählen auch die Art ihrer Malfarbe und deren Konsistenz ganz bewusst. Die stofflichen Eigenschaften der Malfarben führen, wie ihr gesehen habt, dazu, dass man nur ganz bestimmte Maltechniken einsetzen kann. Mit diesen wiederum werden ganz unterschiedliche Wirkungen erzeugt. Das liegt daran, dass die stoffliche Oberfläche der Malfarbe eine Textur bildet. Der lateinische Begriff textura meint Gewebe. Wir beschreiben mit Textur die stoffliche Oberfläche, die für uns fühlbar ist. Da wir ein Gemälde aber oft nicht anfassen können, meist weil uns sonst jemand im Museum dafür ganz schön anfurzt, bleibt uns nur die Sichtbarkeit der Textur, also die visuell wahrnehmbare Oberflächenstruktur. Und auch schon allein diese hat eine oft ganz starke Wirkung auf uns. Einige Künstlerinnen und Künstler können wir sogar an ihren ganz speziellen Texturen erkennen. Wir sprechen bei derartigen, mit dem Pinsel erzeugten, spezifischen Texturen im Bild von einem Duktus. Damit gemeint ist so etwas wie die Handschrift der Künstlerin oder des Künstlers, also ihre ganz unverwechselbare Art des Farbmittelauftrags und ihre Malweise. Von einem sichtbaren Duktus sprechen wir immer dann, wenn der Pinselstrich zu sehen ist. Der Duktus kann ganz unterschiedlich sein. Weich, impressionistisch, spontan, expressiv, gestisch. Unsere Malfarbe hat also neben ihrer Eigenschaft eine bestimmte Farbigkeit zu erzeugen, auch noch eine ganz bestimmte stoffliche Eigenschaft. Durch die jeweilige Konsistenz der Malfarbe und durch die spezifische Malweise können Künstlerinnen und Künstler ganz spezielle stoffliche Werkspuren erzeugen. Werden diese durch eine ganz spezielle Pinselführung erzeugt, so bezeichnet man dies als den Duktus. Was lernen wir also heute? Sowohl der Malgrund, die Wahl der Malfarbe, ihre Konsistenz, die Dicke des Auftrags der Malfarbe, der Aufbau des Bildes in Schichten oder auch nicht und die jeweilige Gestik verleihen dem Bild eine ganz persönliche Prägung. Hat euch dieses Video gefallen? Na dann her mit eurem Däumchen und am besten auch gleich einem Abo, damit ihr noch weitere tolle Videos sehen könnt. Damit ihr diese übrigens nicht verpasst, aktiviert euer Glöckchen. Wir sehen uns nächstes Mal oder ihr seid mich oder auch nicht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.